So, wir kommen jetzt hier zu der Gruppe Wild Gees. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, glaube ich, das erste Mal eine internationale Band, die hier bei den Irish Days auftritt. Ich hatte das Vergnügen, euch dieses Jahr auf dem Kastellans Fork schon mal zu sehen. Nicht, weil ich da gucken wollte, wie ihr spielt, sondern weil ich zufällig da gewesen bin. Ich freue mich jetzt auf euren Auftritt. Ich habe gehört, die Anfahrt war nicht ganz so einfach. Das war ganz schwierig, ja. Aber ich glaube, eure Musik, die spricht viele Menschen an. Oh, Lenkrad auf der falschen Seite und falsch abgebogen. Was erwartet uns jetzt für Musik von euch? Was für Musik erwartet uns von Flut? Gemültige Dudelsack und der Schwingen-Song-Music. Sing mit, wenn Sie können. Okay, das machen wir gerne. Wild Gees aus den Niederlanden. Viel Spaß. So, wir sind ein bisschen spät. So, wir sollen sofort anfangen, ja. Mit einem Dudelsack-Nummer. Was haben Sie nicht gesagt, gehören. So, gehen wir weiter. Dudelsack, a clumsy lover. Worüber, wie soll ich dann? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Wie heißt das auf Deutsch? Ich spiel der Thronen. Game of Thrones. Led in by the beautiful and talented Leon Tito. Here we go. I love you. 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 I love you.